Ich weiß nicht, meine Pickel gehen immer noch nicht weg. Das geht mir so auf den Sack, ey. Leute, das Video mit dem Diko ist gerade online gekommen, ja. Auch das unbedingt mal abchecken. Rechts oben beim i verlinkt, ja. Ich habe mit dem Diko nämlich ein geiles Video gemacht und er hat mir das gerade bei Discord geschickt und ich habe es mir gerade auf dem Handy reingezogen. Ich finde es mega witzig geschnitten und schaut vorbei. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lang ist es her, ich werde ganz kurz ein bisschen was erzählen, warum keine Videos mehr gekommen sind und wann wieder Videos kommen und wie viele und was, alles mögliche. Und dann werde ich noch über meinen 3000 Abonnenten Special reden, denn wir sind hier im Live-Abo-Counter-App-Dingens. Ich bin kurz davor, zum Zeitpunkt wo ich das aufnehme, je nachdem wann ihr das schaut oder je nachdem wann das Video online kommt, kann es sein, dass ich die 3000 Abonnenten schon erreicht habe. Deswegen werden wir darüber kurz ein bisschen was reden, denn ich habe zu den 2000 Abos kein Special gemacht, zu den 2500 auch nicht, 3000 machen wir jetzt. Ja, ganz kurz, ich bin hier in einem ganz komischen Blickwinkel und zwar habe ich noch nie aufgenommen, aber ich habe die Kamera jetzt einfach mal hier hingestellt. Ich war bei Jan und wir haben da ganz, ganz viel aufgenommen, ganz, ganz viel gevloggt. Er hat mir die Dateien aber noch nicht geschickt, weil er weggefahren ist. Deswegen konnte ich die letzte Woche nicht viel schneiden. Zudem habe ich natürlich auch mit der Schule und Fahrschule und Nachmittagsunterricht und allen möglichen Krampf sehr, sehr viel zu tun, wodurch ich dann auch nicht mehr zum Schneiden komme. Deswegen habe ich in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten eineinhalb Wochen, nicht mehr so viele Videos gebracht. Heute kommt dieses wunderbare Video. Morgen kommt Football Manager, das ich eigentlich hätte Donnerstag bringen sollen. Ähm, und dann kommt auf jeden Fall Sonntag irgendwas. Frag mich nicht was. Aber es wird auf jeden Fall jetzt entweder täglich oder jeden zweiten Tag wieder ein Video geben. Äh, ich probiere mich wirklich ganz zu halten. Ich probiere wirklich geile Videos zu machen, auch mehrere Videos jetzt zu machen. Den Vlog, was ich dann bei Jan eben aufgenommen habe, werde ich auch versuchen zu schneiden. Was ich aber noch dazu sagen muss, an alle zum Beispiel, die jetzt neu abonniert haben, die wissen das noch nicht. Erstmal Dankeschön, dass ihr neu abonniert habt. Aber ich muss dazu sagen, ähm, dass ich meine Festplatte geschrottet habe. Und das immer noch um die 14 Tage, also zwei Wochen dauert, bis die wieder zurückkommt. Wodurch ich viele Projekte, viele Aufnahmen nicht fortführen kann. Weil ich da eben schon vorproduziert hatte. Das heißt, ich habe quasi schon in der Pestkarriere sechs Spiele gemacht und in der WWE oder so schon die Storyline weitergespielt und vorangetrieben. Und die sind alles auf der Festplatte. Und die kriege ich wieder. Die wird quasi gerade die Datenrettung vollführt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht weiter aufnehmen, weil ich dann einfach Teile der Story oder halt Spieltage der Bundesliga auslasse. Was echt dumm wäre. Deswegen mache ich das nicht. Aber andere Projekte werden auf jeden Fall kommen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Denn, wie gesagt, ich habe die nächsten zwei Wochen Praktikum. Hab dann ein bisschen mehr Zeit und werde probieren, dass wirklich minimum jeden zweiten Tag ein Video kommt. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, das haben immer noch viele nicht mitbekommen, dass mein Stream, wo ich die Champions League Spiele gestreamt habe, ich habe die ja nicht selber gestreamt, sondern nur die Ergebnisse quasi, der wurde auf jeden Fall gestrikt. Das war richtig, richtig bescheuert. Vor allem der Grund war manuell erkannt. Was ist das bitte für ein Scheißgrund? Aber naja, auf jeden Fall wurde mein Stream gestrikt. Ich kann da nicht viel gegen machen und darf jetzt bis zum 22. Mai nicht mehr live streamen. Ich habe mir jetzt einen Twitch-Kanal erstellt. Der heißt Mike-Let's-Play. Folgt mir auf Twitch. Ich werde zwar selten, aber ich werde vielleicht mal da streamen. Ich werde es dann auf Instagram ankündigen, aber es wird seltener vorkommen als auf YouTube. Auf YouTube geht es dann eher los. Ab dem 22. Mai Da habe ich schon Geburtstag gehabt. Das ist so lang hin. Das ist echt verrückt. Aber naja, kann man nichts machen. Habe ich halt Pech gehabt. So, dann kommen wir schon zu dem letzten Punkt. Ich will das Video kurz halten. Das 3000 Abonnenten-Special. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und zwar wollte ich dieses Video hier drehen, um jedem von euch die Chance zu geben, daran teilzunehmen. Es ist kein Gewinnspiel. Ja, es tut mir leid, auch wenn viele sagen, ich will was gewinnen. Es tut mir leid, es ist kein Gewinnspiel. Aber ich habe mir trotzdem was richtig, richtig cooles überlegt. Denn vor einer Zeit lang in einem Stream auf YouTube habe ich den Vorschrag bekommen, dass ich euch Zuschauer doch mal anrufen soll. Einfach so, just for fun und das in einem Video bringen soll quasi. Dann habe ich mir überlegt, okay, aber mit meiner Nummer und so will ich jetzt nicht unbedingt eine zweite Nummer. Hätte ich zwar da, kann ich machen, aber ich finde das irgendwie komisch. Und dann hat mir der Zuschauer gesagt, okay, pass auf, es wäre doch cool, wenn du das über Instagram machst. ist relativ anonym, sage ich mal. Und man kann sogar einen Videoanruf machen, heißt, wir könnten uns quasi dabei sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, 3000 Abonnenten kommen bald. Geiles Special. Ich werde, keine Ahnung, wie viele Minuten, Stunden lang, mehrere Leute von euch anrufen, ganz, ganz viele, über Instagram Videoanruf. und werde dann kurz mit dem jeweiligen ein bisschen plaudern, ein bisschen was erzählen und dadurch kommt dann auch ein Video zustande, da ich dann ein paar Szenen mit reinschneide, sofern ihr auch einverstanden dann damit seid. Das klären wir aber dann alles an dem Tag, wenn ich hoffentlich euch anrufe. Genau dich da draußen. Ja, und das ist der Aufruf. Es tut mir leid, aber ihr müsst mir dafür natürlich auf Instagram folgen, weil ich euch nur auf Instagram anrufen kann und werde. Von daher, hier, Mike Let's Play auf Instagram Mike Unterstich Let's Unterstich Play auch hier mir super, super gerne folgen. Ich werde euch dann, damit wir das nicht auf die Folter spannen, am 17. März schon anrufen. Heißt, dieses Video hier kommt am Freitag raus. Ich werde euch am Sonntag anrufen. Ihr folgt mir auf Instagram. Wie gesagt, Mike Unterstich Let's Unterstich Play. Wenn ihr mir auf Instagram gefolgt seid, dann könnt ihr mir eine Nachricht senden. Zur Verdeutlichung zeige ich euch das einfach mal. Ja, Leute, ich filme das jetzt nur so beschissen ab, aber ich kann euch das hier am besten demonstrieren. Und ja, Leute, es tut mir leid, es ist der FC Bayern München. Ich folge denen aber und da steht, wenn ich denen folge, also wenn ihr mir folgt, steht hier der Button Nachricht. Dann drückt ihr da drauf und da seid ihr dann schon im Fenster, wo ihr mir eine Nachricht schreiben könnt. Welche Nachricht das ist, ist mir scheißegal. Ihr müsst mir nur eine Nachricht schicken. Denn, wenn ich keine Nachricht von euch erhalte, werde ich euch nicht anrufen. Das Problem ist nämlich, dass mir auch andere Leute auf Instagram folgen, die nichts mit meinem YouTube-Kanal zu tun haben, die meinen YouTube-Kanal noch nicht ein einziges Mal gesehen haben und die will ich natürlich nicht einfach random anrufen. Deswegen, alle, die mir von euch eine Nachricht schreiben, da werde ich euch quasi mit in diesen Lostopf reinpacken, der Samstag um 0 Uhr nachts schließt. Also quasi von Samstag auf Sonntag 0 Uhr schließt dieser Topf. Wenn ihr das Video am Sonntag sehen solltet, es tut mir leid, ich bin gerade schon am Telefonieren wahrscheinlich. Ich kann euch nicht mehr den Lostopf mit aufnehmen. Naja, jedenfalls, vielleicht mache ich so ein Video nochmal, wenn ihr jetzt nicht dran gekommen seid, beziehungsweise wenn ihr eben das Video hier zu spät seht, tut es mir leid. Ich hoffe, das Special wird euch gefallen und ich hoffe, dass es eine coole Idee ist. Wie gesagt, auf Instagram folgen, mir eine Nachricht schreiben, welche Nachricht das ist, ist mir völlig egal und ich werde mir dann jemanden raussuchen, beziehungsweise natürlich mehrere. Ich werde quasi einen Lostopf machen, das bringe ich alles mit rein in das Video, in das Abo-Special an sich dann. Da werde ich mir dann einen Lostopf machen mit den ganzen Instagram-Namen von euch und werde dann irgendwelche Leute ziehen, keine Ahnung, 10 Leute Minimum oder so und werde dann eben per Instagram-Video-Anruf anrufen. Ich hoffe natürlich, dass ihr dran geht, wenn ihr nicht dran geht, ich werde es wahrscheinlich zweimal pro Mann probieren, wenn ihr nicht dran geht, habt ihr halt leider auch Pech gehabt. Also Sonntag unbedingt den Tag dann freihalten. Ich werde nicht zu unmenschlichen Zeiten anrufen, ja. Ich werde irgendwie entweder gegen 14, 15, 16 Uhr sowas um den Dreh anrufen, also seid auf jeden Fall gespannt, macht euch gefasst auf ein cooles Telefonat mit mir. Das war's von diesem Video, ihr wisst Bescheid und jetzt würde ich sagen, lasst mir euch da, wenn es euch gefallen hat, hau da rein, bis dahin und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.